Ja, vor allem dann ist meine ganze Arbeit für die Katz. Naja, der Anfang ist immerhin noch rund. Ja, toll. Fail. Doch, das wird rund. Nein, Fail! Ah, noch ein Fail! Das ist immer noch ein Fail. Wieso bist du grad da, wenn ich Fails baue? Lass das nicht zur Gewohnheit werden. Äh! Scheiß Block, ich komm nicht dran. Muss ich nachher wegmachen. Boah, da ging's fast rein auf den Boden. Oh, schon nochmal Fail. So. Nein, du nicht. Äh, ja? Jetzt fangen wir an. Nein! Hab ich dich noch was runtergeschmissen da? Ja. Ähm. Ja, ähm. 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 Der kommt dann natürlich auch weg. Ähm. 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 Ich fall immer fast halb runter. Ähm. Naja, hab ich Gottmut an. Weil ich weiß, sonst würde mich hier jemand killen. Ich schade, bloßere Mut an. Das... Oh Gott. Ich wollt grad sagen, du hast Fail. Ja. Ja. Das kann's ein Standard sagen. Ich hab normalerweise immer Fail. Ach so, hier. Nein. Nein, Fail von dir! Ha! Ha! Aber die brauche ich jetzt hier dein Crafting Box. So weg. Ja, die blockiert mein Item. Sag, na, toll! Theoretisch müssen wir bis dahin alles weg. Dauer oder? Oh man, ich hab jetzt gedacht, ich kann jetzt hier auch was machen. Nein. Aber... Tja, die Boss eben nur Fail. So, ich bin zuvor, ich bin zufrieden. Ui! Äh... 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 Hier ist das aber auch 3 lang. Hey, ich hatte das Ding doch auf 3 erweitert. W3 lang. Das... Block, dass der Weg 3 lang ist hier auch. Ah ja, dann müssen wir das jetzt wieder auf der anderen Seite... Äh... Ah, auf der anderen Seite, was doch super weh, da hab ich doch ganz zurück gemacht. Und jetzt müssen wir diesen einen... Oh, ich bin runtergefallen. Müssen wir dann nochmal hinmachen. Äh... Nö. Du verstehen? Hier sind jetzt 2 und auf der anderen Seite war komplett die Länge 3. 1, 2 und hier dritte Block noch. Ja. Äh... Bis dahin. Ja, das ist jetzt mehr verwirrt, ne? Oh, ich schau mal nach. Ah, ich überlege grad. Was? Wir können uns jetzt zu viel noch ne halbe Stunde da so gerade aufnehmen. Äh... Ja, das heißt, wie viel war man dann? Ich muss... Äh... Jetzt hab ich, weil ich gefragt hab, wie viel ist es, hab ich vergessen, wie ich gemacht hab. Wir kack. Aber so richtig hier. Wir kack. Ha, 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 ha. Nein! Okay, ich hab die ganze Zeit noch länger an, wie ich mich sucht, ohne Goldschutz schleichen. Äh... Schnitt zwischendrin machen. Weil ich dann auf die andere Festplatte halt auf die andere Partition schreiben muss. Nein. Achso, willst du keinen 3 Stunden Board hochladen? Wo ich dich ja noch ne externe Festplatte, oder? Ich bin sowieso am überlegen, ob ich mir noch ne andere Festplatte hol, aber noch mal ne interne. Ja, aber ich hol... Ich denk, das lohnt sich schon, oder? Ja. Ich mein, wenn mal Let's Plays wirklich ernsthaft macht. Aber ich glaub, ich hol noch mal ne interne. Ja. Ja. Weil, das ist schneller als mit USB. Weil, das ist schneller als mit USB. Mhm. Ja, kommt aber im... am Ende auf Sabine aus. Trotzdem, ich hol... Ich warte halt nur ein bisschen länger, dann. Ich warte vor, irgendwann mir noch eine interne 1TB zu holen. Ich schau mal. Ich schau mal, was ganz dicker ist, intern oder intern. Ich schau mal, was ganz dicker ist, intern oder intern. Boah, weiß ich nicht. Ich denk mal extern, oder? Ich mein, intern muss man noch inbauen. Was hat das mit dem... Ja. Ich... Ne, ich lass... Okay, das wirst du wahrscheinlich selber machen, aber... ...wann der mal mein Fenster in die Festplatte einbauen soll. Weil du es nicht selber hinkriegst. So. Mhm. 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 Ah, mein ehrlich... Ich weiß nicht, ich bin einfach durch dich durchgeflogen... Was? Was lachst du? Achso. Natürlich, das hast du aufgenommen. Aber richtig hier. Achso. Achso. Boah, musst grad übelst tust. Ja, ich hab dort seit eh... ...voll den Hustrang immer. Ja. Ja. Nicht noch Krankheit. Ah, fail. Ah, ich kann dir mal... Ich kann... Ich kann dir mal schauen. Äh, hier kann... Ja, hier kann man sehr gut drum rum noch laufen, ne? Ich kann dir mal schauen. Ja, super. Ich schau mal... Das bringt mir jetzt ganz viel. Stopp. Stopp. Ja, ich bin... ...extrem... Drogenabhängig oder was? Stopp. Richtig. Meine Droge heißt Minecraft. Ja. Wie heißt deine? Oh, nee. Facebook. Äh, ich muss jetzt überlegen, was... ...was kann man dieses... ...laufbahn machen? Wenn man es aus Wolle machen würde... Ja. Das wollte ich gerade... Ja, das sieht scheiße aus. Äh, Krok. Ach. Was für Decker-Packen, du? Hält... Ich hab' sogar noch nie gerne, obwohl ich auch da auch habe. Ich hab' die Biete. Ja. Ach so, ich wollte ja in dem Decker-Packen die Bilder ändern. Ich hab' mir dann noch gebt, irgendwas, ne? Das habe ich jetzt fast fertig. Egal, wir müssen jetzt hier bauen. Hallo? Ich glaube, wer ist AFK, egal. Du hast dich... Ach so. Nein, ich hab' nicht AFK. Das ist nur gerade in der Ringkomm. Ja. Äh, können wir gleich mal Cut machen? Weil ich kann jetzt nicht mehr so lang. Na gut. Können wir machen? Ich muss genauer gesagt in ein paar Minuten offen. Ja, Sand sieht gut aus, dann noch. Sollen wir den noch Sand machen? Das als alles andere. Dann mach' ich hier die große Fläche gerade mal, ne? Ja. Äh. Äh... Wie breit sollen da dann werden? Drei. 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 Drei? Drei? könnte sein nach dem nachher vielleicht noch Zeit ein guter will ich sagen noch mehr da drüben gehabt und machen dann später weiter